Grundsätzlich sind die Richter und ist auch die Justiz mit einem recht hohen Anerkennungsbonus ausgestattet durch die Bevölkerung. Aber natürlich, der Fall Mollert hat hohe Wellen geschlagen und sicherlich auch der Justiz in ihrem Ansehen geschadet. Man muss nun untersuchen, ist es ein Einzelfall oder gibt es strukturelle Probleme? Und da werden wir Freien Wählern natürlich ein Augenmerk darauf richten. Und ich glaube, es wird auch eine Reihe von Vorschlägen geben, die wir vorbringen werden.